Wir haben uns heute gedacht, wir stellen euch mal die Shell V-Power-Gruppe vor. Habt ihr auch schon überall gesehen. Die meisten tanken sehr wahrscheinlich auch in ihren Autos, Shell V-Power oder Ultimate. Ich gehe kaputt, Alter. Wie heißt das, wie heißt das Dieselzeug? Servus Leute, zu unserem nächsten Video. Wir haben uns heute gedacht, wir stellen euch unseren größten Partner vor hier auf dem Stand. Wie alle schon gesehen haben, wir haben ja Shell mit dabei. Wir holen jetzt gleich mal jemanden von Shell dazu, der erklärt euch ein bisschen was zur Geschichte und zu der ganzen Story und was sie hier so machen und so Kleinigkeiten. Viel Spaß, bis gleich. Hallo, ich bin Stefan von der Shell und wir sind hier auf einem mega coolen Stand mit Aulitzki zusammen. Ist echt super hier, super Publikum und wir stehen hier, weil wir seit 100 Jahren Kraftstoffe entwickeln, seit vielen Jahrzehnten mit Ferrari zusammenarbeiten. Wir wissen also, wie man Kraftstoffe richtig macht. Wir bieten ja Shell V-Power Kraftstoffe an, einmal für Benziner, Shell V-Power Racing 100 und Shell V-Power Diesel. Shell V-Power hat halt super Vorteile. Reinigungsleistung, Shell V-Power Racing höhere Oktanzahl. Und ein Reibungsverminderer. Also spricht alles mal dafür, Shell V-Power auszuprobieren. Und das zum super Deal hier. Nur auf der Messe kriegt man nämlich für zwei Monate Shell V-Power zum Preis vom Standardkraftstoff. Also nur hier auf der Messe, kommt vorbei, holt euch diesen Deal nochmal ab. Und wie gesagt, die Stimmung hier ist super. Fachkundiges Publikum. Alle sind heiß auf Shell V-Power. Und mit diesem Deal gibt es eigentlich keinen Grund mehr, nicht anzufangen, Shell V-Power zu tanken. Woohhh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020